Das ist der Startschuss zum Punktspiel gegen Heiduk. So, Berkan dort hinten auf Maxi. Und jetzt Berkan nochmal in die Spitze auf Dennis. Komm Dennis, geh! Jawohl! Jawohl! Ein herrliches Ding! Schade, da war schon der erste Lattenknaller von Dennis. Das ist ein super Schuss, schade. Serkan, Serkan, komm in die Mitte. Jawohl, komm weiter, Jungs. Schön gespielt, Serkan auf Felix. Felix, auf Maxi, Maxi, komm! Maxi, ah! So, kommt voll Ablage auf Dennis. Komm Dennis, geh, geh, geh. Jawohl, kommt da, muss einer sein. Boah, Sascha ist der Wahnsinn, der Recke da unter 15er. Wahnsinn. Aufpassen, Jungs, aufpassen. Schön, Berkan. Oh, 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 aufpassen, Jungs, aufpassen. Schön, Berkan. Berkan. Schön, von Felix auf Serkan. Serkan, ja, komm, sei schnell! Ja, jetzt, ein halber Torschuss! Oh, Mensch, so ein Pech, so ein Pech! Etwas mehr nach innen und Maxi hatte ihn gekriegt, und erimler ist aufs Tor, dann wäre er vielleicht ins lange Heck gegangen. Das war Pech. Pass war ein Ohr auf Maxi! Maxi gegen, Maxi, sehr herrlicher Pass, klasse gemacht vom Verteidiger mit der Hacke, das war natürlich schon edel, sonst wäre Maxi vielleicht durch gewesen hier, sehr herrlich, sehr herrlich, wieder schön, in die Mitte kommen, und Dennis, wieder nicht getroffen, aber nochmal, Dennis immer noch dran, gegen zwei wird schwer, aber er hat wenigstens einen Einwurf, oder, herrlich, oh nur herrlich, herrlich, jawohl, jawohl, schöne Flanke jetzt, schöne Flanke, ah, da kommt er gerade noch jetzt, Dennis, Massmatch, Dennis, ich dachte, er kriegt den rein, okay, super Reaktion, Jungs, weiter so, Ach, gucke, jetzt haben wir Maxi, komm, geh, jawohl, genauso, jetzt, geht's, jawohl, jetzt, und ich schiebe, und, oh, toll, Dennis, 1 zu 0, klasse geschossen, das 1 zu 0 in der 17. Spielminute, hochverdient, klasse Angriff, super gemacht, Jungs. Den ist auf Maxi, Maxi, heben, jetzt, jawohl, 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 nein, nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht, geschoben, gezogen, Maxi schiebt auf, Serkan, und das gibt's, Eckball. Ah, toll gespielt wieder, Jungs, von Dennis, eingeleitet auf Maxi, Maxi auf, Serkan, und, ah, der trudelt vorbei, so ein Pech aber auch. So, Felix auf, auf, Lars, schön, Lars, herrlich gemacht von Lars, und der spitzt ihn rein, ah, klasse gemacht. Herrpass von, von Lars, herrlicher Pass von Lars, auf, Marcel, ah, war nicht hoch genug. So, jetzt, Flanke von Marcel, ah, was ist das, keiner da, hat der Maxi jetzt durchgelassen, auf, jetzt, Maxi, Hammer, ah, das war ein Hämmerchen, nur, zahle, so, Dennis, Dennis mit Steipers, auf Maxi, jetzt, Maxi, Maxi, mach es, mach es, mach es, ja, ja, nein, ah, das gibt's nicht, der hat ihn geschubst. So, Eckball nach der Riesenchance von Maxi, und nochmal, jetzt, Sackern, mit Kopf, ah, nicht schlecht, super, Jungs, gut. Boah, herrlich jetzt, Honor, Maxi, Maxi, Honor, und jetzt, ja, da ist es, da ist es, das 2 zu 0 von Marcel Wolle genommen, auf Pass von Honor in der 27. Spielminute, und jetzt habe ich es nicht richtig drauf, ich hoffe, der Cem hat es drauf hier. Schönen, Serkan, auf Marcel, Maxi, komm, jawohl, oh, herrlich, Maxi, auf, auf, Dennis, und Eckball, zumindest. So, das war der Halbzeitpfiff im Punktspiel gegen Haiduk, 2 zu 0 steht es in der Halbzeit, hochverdient, Riesenchancen haben wir gehabt. Zwei Tore durch, das erste war der Dennis, das zweite von Marcel, super Ding.